1476, der Beginn eines neuen Zeitalters in Italien. Kunst, Kultur und Wissenschaften erblühen durch das Werk genialer Zeitgenossen. Die Renaissance, so wird man sich in den Geschichtsbüchern vermutlich an uns erinnern. Doch weit entfernt vom Gold und der Erkenntnis liegt tief im Schatten eine andere Wahrheit verborgen. Korruption, Verrat, Mord, Geheimnisse. Geheimnisse, die so gefährlich sind, dass ich sie selbst vor meiner eigenen Familie verbergen muss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Familie, Gerechtigkeit, Ehre, das sind die Werte, in deren Dienst ich meine Klinge führe. Diese Wahrheit ist mit Blut besiegelt und die Schatten sind mein Kampfschauplatz. Ich bin Giovanni Auditore und wie alle meine Vorfahren bin ich ein Assassiner. Geheimnis, 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 Geheimnis Das war's für heute. 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 Stefan! Das war's für heute. Wenn der Nachhalt des Chores lauter wird. Amalto. Wenn der Glück zum zwölften und letzten Mal schlägt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wenn der Nachhalt des Chores lauter wird. Wenn die Glocke zum zwölften und letzten Mal schlägt, wird der Ducati Milano durch den Dolch sterben. Das war's für heute. 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 Ich bin sicher, das war's für heute. 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 Ihr könnt jetzt gehen. Unsere Saison beobachten wir uns. Ich weiß. Ihr solltet mit ihm sprechen. Das werde ich. Sagt mir, Vater, warum muss ein Vermögensverwalter so oft mitten in der Nacht weg? Die Geschäfte rufen, mein Sohn. Lasst mich mit euch gehen. Nein. Wieso nicht? Du musst deinem Bruder zur Seite stehen und für die Familie sorgen, wenn ich weg bin. Ich möchte euch helfen, Vater. Du hilfst mir mehr als du ahnst, Missy. Mehr als du ahnst. Da wir das Siegel des Originalbriefes zerstört haben, müssen wir eine exakte Kopie davon herstellen. Dies geschieht in diesem Augenblick durch Pater Raimondi. Wozu? Wir konnten den Geheimcode nicht entschlüsseln. Die einzige Möglichkeit, diesem Brief sein Geheimnis zu entlocken und herauszufinden, wer die Ermordungsforzers vorangetrieben hat, besteht darin, diesen Brief zuzustellen und zu sehen, wohin er uns fühlt. Mein Fürst, ich weiß, wo genau in Rom die Barbarigos den Brief übergeben haben wollten. Ich kann ihn überbringen. Pater Antonio, seid ihr soweit? Rom ist eine gefährliche Stadt, mein verehrter Giovanni. Wollt ihr diesen Auftrag ohne Hilfe wirklich selbst ausführen? Ja, zum Schutze von Florenz und der Ehre der Medici. So sei es. Geht. Und findet die Grube, in der sich diese Schlangen verstecken. Und seid erbarmungslos. Höge der Vater der Einsicht mit uns allen sein. Na, nein. Höge der Vater. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Selbst Städte wechseln heutzutage leicht ihren Besitzer. Es zählt nur, dass Gott auf unserer Seite ist. Amen. Amen. Es kam mir zu Ohren, dass Lorenzo de Mellici nicht gerade viel Respekt übrig hat für unsere Position. So ist es. Aber ihr könnt ihn dazu zwingen, sich euch zu füllen. Florenz ist schwach. Wir sollten daraus unsere Vorteile ziehen. Mit eurer Hilfe... Die Zustimmung zum Tod eines Menschen ist nicht Teil meines Amtes. Allerdings mache ich mir Sorgen um das Wohl der Republik Florenz. Daher bin ich dazu bereit, meinen geistlichen Beistand anzubieten. Und militärische Hilfe. Um sicherzustellen, dass die Ordnung gewahrt bleibt. Bewahrt die Ehre des heiligen Stuhls, Rodrigo. Ihr könnt auf mich zählen, eure Heiligkeit. Bewahrt die Ehre des heiligen Stuhls. Bewahrt die Ehre des heiligen Stuhls. Einen, Wasn't der Leer des heiligen Stuhls. Bewahrt die Ehre des heiligen Stuhls. Bewahrt die Ehre des heiligen Stuhls. Bewahrt die Ehre des heiligen Stuhls. haben. Ihr müsst ihn gesehen haben. Wohin ist er gegangen? Es war hier heute sehr ruhig. Ich habe außer euch hier niemanden gesehen. Sein Gesicht war durch eine Kapuze verdeckt. Er trug ein schwarzes Gewand. Ich kann euch nicht helfen. Dort der Herr kann es vielleicht tun. Betet. Und ihr werdet die Antwort finden. Ihr kommt mit euren Dolchenstreit, Assassine. Es hängt ganz von euch ab, was nun geschieht. Ihr verfügt über außerordentliche Fähigkeiten, Giovanni. So heißt ihr doch, habe ich recht? Fähigkeiten, wie ich sie zu gern auf meiner Seite hätte. Und welche Seite ist das? Die Seite, die einen Krieg gewinnen wird, von dem ihr nicht einmal wisst, dass er im Gange ist. Die Welt wandelt sich, während ihr hier steht, Giovanni. Schließt euch uns an und ihr werdet es vielleicht erleben. Borta. Ja, ich kenne euren Namen auch. Und ich weiß auch, wie diese Sache hier endet. Eure Fantasien werden zerschmettert und eure Kehle vom Dolche durchbohrt. Wir werden sehen. Holt ihn euch. Ergreift ihn! Die Kälte! Töntedin! Was? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die Klinge hätte fast euer Herz durchbohrt. Ihr habt kein Wort gesprochen seit eurer Rückkehr. Was geht hier vor, Giovanni? Sagt es mir. Die Ermordungsforzas war erst der Anfang, glaubt mir. Es ist eine Riesenverschwörung im Gange, Maria. Ich bin sicher, der nächste Anschlag wird hier stattfinden, hier in Florenz. Oh Madonna, Maria. Ich sorge mich unter Medicis Sicherheit und die seiner Verbündeten und unsere eigenen. Vater! Vater! Vater Antonio ist hier. Er wünscht, dass ihr sofort mit ihm kommt. Er ist nicht allein. Er hat bewaffnete Männer mitgebracht. Calma Tivelio. Warum sollte Lorenzo die Medici Wachen nach euch schicken? Ich weiß es nicht. Geh runter und sag Antonio, dass ich bereits gegangen sei. Verschaff mir Zeit. Federico. Ich verlasse mich auf dich. Als Ältester muss die Familie beschützen. Geh. Schwanz mitgebracht. Zu meem ist nämlich. Mama Tive conditions. Schmerz. Oh, sie sind Nu. Dietrich. Hab James chuisch. Oha! Ich sag dir doch, mein Vater ist nicht da. Er ist verschwindet. Und wagt es nicht noch mal an den Wort meines Auditore zu zweifeln. Mach, dass ihr fortkommt. Mannisch. Mannisch! Mannisch! Unser Hauptproblem ist dieser verfluchte Assassine. Seine Schnüffeleien gefährden unseren Plan. Keine Sorge, ich kümmere mich um Giovanni. Ich habe mir auch schon etwas überlegt. Und dann wird sich uns nichts und niemand mehr in den Weg stellen. Ich habe mir auch schon etwas überlegt. Finstere Wolken ziehen über Florenz auf und die Zeit zerrinnt. Der Feind ist näher, als ich dachte. Der alles entscheidende Kampf steht unmittelbar bevor. Jeder Mensch ist sterblich. Jedes Leben geht zu Ende. Aber bestimmte Dinge werden sich nie ändern. Wir sind die Auditore di Firenze. Und wir sind Assassinen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017